Hey Leute und herzlich willkommen zum nächsten Waro Countdown. Es sind jetzt nur noch vier Tage bis Waro Start. Wer von euch freut sich denn schon drauf? Du skate? Ich nicht. Du? Ich nicht. Skate nicht, okay. Wir trainieren heute in dieser Folge unser Glück, denn wir spielen Lucky Blocks Duell auf dem Server TheWaste.net und skate, lad mich mal an. Okay, und wenn ihr jetzt der Meinung seid... Mach jetzt. Du musst mich einbauen. Hä, ich versuch's doch gerade. Klicke hier für Lucky Blocks. Du musst mich wieder anklicken. Du musst mich anklicken wieder, so wie vorhin. Ich weiß nicht, was ich vorhin gemacht hab. Oh, du Idiot. So, das Skate hat's hingekriegt. So. Ja, es ist linkes Klick, kein rechtsklick. Ja, es geht, ja. Okay, was ist denn Lucky Blocks Duell? Ich hab ja gerade eben, wir haben gerade eine Vorbereitungsrunde schon mal gespielt. Hab ich zum ersten Mal in meinem Leben Lucky Blocks gesehen. So. Oh. Oh, nix. Du versuchst so ein bisschen Equipment ranzubekommen. Man beginnt hier mit drei Minuten lang. Oh Mann. In Forge. Du Garnove. So. Oh. Okay, ich hab ein paar tolle Sachen bekommen. Oh ja, ich bin jetzt auch online und ich bin tot. So. Oh. Oh, Hühner? Wie bist du jetzt gestorben? Ja, Amboss zum vierten Mal oder so. Okay, ich hab bald alles aufgebraucht, dann kann ich mich richtig equippen. Echt? Okay. Man braucht diese Zeit hier vor allem auch, ne? Oh, oh, ah! Fuck. Ja, braucht man tatsächlich. Oh, TNT. Also, wir haben gerade eh schon mal eine Vorbereitungsrunde gespielt, da hab ich gewonnen. Nein, hat er nicht. Das ist ne Lüge. Das waren wirklich krasse PvP-Skills. Ja, 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 ja. Was hast du denn für einen Schwer? Man muss aber auch sagen, das ist... What the fuck? Das ist aber auch sowas von random, was hier passiert. Das kann jetzt auch krass sein. Nein! Das kommt Basti natürlich zugute. Hä? Was kommt mir zugute? Das, das alles passieren kann. Ja, ja. Alter, ich hab voll viele Blöcke bekommen. Ah, okay. Na ja, ich bin auch noch lange nicht am Ende. Also, wir haben jetzt noch ungefähr drei Minuten. Hä? Ah, da hinten. So. Das gibt hier auch tolle Tränke, ne? Hm. Dieses Mal bekomm ich jetzt... Das letzte Mal hatte ich glaube ich nur einen einzigen Trank bekommen. Dieses Mal hab ich schon richtig viele. Ah! Verdammt. Ja, geil. Die Zombies haben mich ins Wasser gekickt. Ja, und was macht man, wenn man im Wasser ist? Ja, ich muss halt versuchen jetzt irgendwo wieder rauszukommen. Warte mal. Ja, gut. Du kannst dich ja rausbauen. Ne, ne. Blöcke kann man nicht setzen. Ich hab mich jetzt rausgebracht. Boah, und ich bin voll mit, mit dummen, überflüssigen... Clay. Ja, ich hab auch saufend Clay. Oh, und Gold hab ich auch ganz viel. Hab alles aufgebraucht. Ähm. Ah. Zack. Oh nein, tot. Ey, Mann! Ich hab keine Workbench. Hast du ne Workbench? Ja. Warte mal. Ach so, Workbench, das kann man... Oh, das ist natürlich kacke. Hehe. So, noch sechs Blöcke. Nein. Dann bin ich auch mal endlich beim Equipment. Nein. Hast du ne Workbench? Ne, ich hab keine Workbench bekommen. Ey. Nur ein Hühnchen. Dann bin ich ja gearscht hier. Mhm. Oh. Oh. Ja, gut. Ey. Ohne Witz. Ich hab 14 Diamanten und kann damit nichts machen. Oh, das ist traurig. Ja? Weil ich keine Workbench habe. Ich hatte keine Workbench. Hm. Ey, Mann. Aber ich hatte dafür was anderes Schönes bekommen. Du hast keine Workbench. Ich hab keine Workbench bekommen. Nein. Du hast eine bekommen, du Sack. Nein, ich hab echt keine bekommen. Lass meine Workbench in Ruhe. Ich benutze sie jetzt. Alter! Hä? Du, du bist doch ein Penner. Lass mich was craften. Hm. Alter, nein. Du hast 14 Diamanten, Alter. Das ist übelst übertrieben. Vergiss es. Ich hasse dich. Okay. Lass mich auch was Workbenchen. Hm. Nö. Doch. Nö. Oh Mann. Muss das denn sein? Ich will dich nichts Workbenchen lassen. Das ist es. Oh. Wieder voll zum Abdönern. Ohne Witz. Abdönern. Du hast voll viel Diamanten, Mann. Das wäre super ungerecht, wenn du jetzt... Wo ist denn das bitte ungerecht? Das ist mehr als fair. Ja gut, dann komm her. Hier. Jetzt willst du mit 20 Sekunden noch was... Mit 20 Sekunden... Ja, das was du hinbekommst. Halb die Klappe einfach. Ist geil. sei einfach still. Das, was du hinbekommst, darfst du jetzt noch craften? Nein. Okay. Okay, dann nicht. Okay. Cool. Ja, cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Mal gucken, ob ich irgendwie eine Möglichkeit finde, dich zu besiegen. Das Dumme ist, ich weiß nicht genau, was meine Tränke hier unten alles können. Skate. Was genau ist bei dir gerade passiert? Ich bin an Fallschaden gestorben. Ahahaha! Nicht dein... Was machst du? Warum gehst du auf den Baum da hoch? Komm gefälligst runter und kämpfe wie ein echter Mann. Ich wollte ja hoch und dann bin ich gestorben. Oh Mann. Was geht? Hi. Hi. Willst du runterspringen? Ich komm nicht mehr runter. Ja, merk ich auch. Warte mal. Ähm, was machen wir jetzt? Geh mal genau da hin. Ja, genau. Genau. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ohlala. Ohlick. Ohlick. Nein! Das ist noch zwei Herzen. Ja. Kacke. Kacke. Oh Mann. Ey, ohne Witz. Ich hätte mir eine komplette Tierrüstung machen können. Nein. Hättest du den Holz bekommen? Ja. Oh, was ist denn das? Ja, und dann hast du jetzt noch so einen Trank drin. Läuft bei dir. Ja. Ich habe Regeneration, Extraherzen, Diaschwert. Ja, übertreib doch. Alter. Oh. 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 Okay, also ich würde mal sagen, das Glück, das habe ich definitiv besser trainiert. Aber es gibt ja noch eine Rückrunde. Du kannst es ja noch mal probieren. Wo bist du? Hier, zack. Bleib hier. Zack. Okay. So, jetzt inzwischen weiß ich auch, wie der Hase läuft. Es gibt noch eine Rückrunde, du kannst mir noch alles heimzahlen. Ey, das war echt mies. So. Nur weil ich keine... Kann ich keine Black abbauen? Nein. Also ich hatte halt das Glück, dass ich Holz gedroppt bekommen habe. Das heißt, ich konnte mir die Workbench... Aber ich habe, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe keine Workbench gedroppt bekommen. Holy shit. Yo. Das waren ein paar Blitze. Ja, habe ich auch, habe ich auch. Na, toll. Ich finde das so cool, wenn wir einfach so kleine Blitze runtergehen. Ja, und du einfach keine andere Chance hast, als zu sterben. Mhm. Ich habe versucht wegzukommen. Ja, aber selbst das Weg bringen, bringt nie was. Mhm. Geil. Ich habe einen Block mit Vergiftung bekommen. Oh, jetzt brenne ich auch noch. Dankeschön. Waren zu der Hand. Ich sterbe an Lava. Läuft. Hehehe. So. Also, diese Runde wird besser. Ich spür's. Auja. Diese Runde wird... Jaaaa. Ich sporn die ganze Zeit Mops. Lass mich. Hehehe. Plötzlich habe ich einen Kürbis auf dem Kopf. Läuft. Naja. Es muss echt Spaß gemacht haben, das Ding hier zu programmieren. Ja. Das Ding ist ja auch, man kann... Oh, okay. Ich glaube, ich habe gewonnen. Warum? Alter, ich habe einfach... Alter, wie unfair. Aua. Was? Ich bräuchte dringend Holz. Oder eine Workbench. Oder irgendwie sowas. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Jetzt... Oh, hi. Hi. Oh, ein zahmer Hund. Oh. Tod. Das ist meiner. So, die Runde wird eindeutig meine Runde. Oh, ups. Oh, danke. Alter, das ist mies. Es gibt ein Ding, wo man alle seine Sachen verliert. Was? Echt? Ja. Ich habe gerade alles... Also droppt. Das kann der Gegner übelst ausnehmen. Ich versuche wieder weg von dir zu kommen. Hahaha. Alter! Oh, kam gerade Pfeilhage runter. Ja, das hatte ich auch mal. Oh, dieser Schneeball-Ding ist einfach so unnötig. Und wieder der Pfeilhage. Oh, oh. Lava. TNT. Aua, 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 aua. So, ich bin dieses Mal mega gut ausgerüstet. Mhm. Also jetzt ohne Witz. Oh, schön. Aber ich auch. Ich glaube, ich bin gut ausgerüstet. Okay. Das kann sogar gut passieren, wenn ich nämlich jetzt nach wie vor keine Workbench oder Holz finde mit meinen letzten 15 Blöcken, dann bist du definitiv besser ausgerüstet als ich. Ja, dann hoffen wir mal, ne? Ich habe wieder einen Kürbis auf dem Kopf. Ah, Skelett. Oh, ich kriege so viele Sachen, die ich eh schon habe und gar nicht brauche. Oh, cool. Und wieder tot. Gut. So. Ah, der Hund ist mir aber eigentlich. Oh, scheiße. Es wird so knapp. Oh, bitte Glück. Glück. Wo bist du? Oh, ich habe Holz. Oh, scheiße. Und ich brauche es nicht mal. Ja, danke. Danke, danke, danke. So, zack. Zack. Okay, doch. Ich mache mir jetzt eine Workbench. Krrr. Böse. Aus. Ich habe eine Workbench. Ja, ja. Oh, und mit meinem letzten wurde ich nochmal hochgejagt. Cool. So. Ja, ich habe verkackt. Dadurch, dass ich keine Workbench habe, ist es für mich der Kraft gelaufen. Ja, jetzt weißt du, wie es mir letztes Mal ging, ne? Ja, ja. Alter, ich habe es so hart verkackt. Wow, ich habe ja das unterirdischste Equipment überhaupt. Hä, was? Lol? Was ist denn das? Hä? Hm? Ich habe gerade mein Zeug in einsortiert. Ah doch, da ist er. Oh Gott. Okay, du wirst gewinnen. Du wirst auf jeden Fall gewinnen. Warum? Was sagst du das? Alter. Ich habe einfach eineinhalb Stack Kohle. Sag mir, für was ich bitte eineinhalb Stack Kohle benötige. Oh, das geht. Das ist natürlich... Naja. Und ich habe sieben Diamanten, aber was mache ich denn damit bitte? Nix. So. Okay, ich bin ausgerüstet. Wuh. Alter. Wo ist mein Hund hin? Ich habe zwei Hunde. Das war mein Hund. Krass, dann können die sich betteln. Oh, alle fünf Knochen verwendet und dieser Scheißhund reagiert nicht so. Tschüss, tschüss, Kate. Ja, gut. Ich denke, das ist dann wohl deine Revanche. Ja, ne, ich glaube es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe einfach Angst vor dir. Ja, gut. Aber ich habe echt Pech gehabt. Also... Naja, nachher hast du dieses OP-Schwert und du tust nur so. Ja. Soll ich dir sagen, was für ein Schwert ich habe? Ach, du wirst es gleich sehen. Was? Du wirst gleich sehen, was für ein Schwert ich habe. Okay, du hast auch eine Gierbrust. Oh, der bekommt erstmal mit dem Blindness-Trank. Oh, ich verschieße so hart. Jetzt bleibt doch stehen, Mann. Mann. Daneben. Fuck, 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 fuck. Ich sehe dich nicht. Oh, nice, Alter. Alter, diese Scheißhunde. Yo. Was für ein Überequipment du hast, Alter. Ah. Was für ein krasses Überequipment. Warum denn? Du hast ein Eisenschwert. Ich habe ein Goldschwert, Mann. Ja. Hä, der hat mein komplettes Inventar umsortiert jetzt gerade. Was soll denn das? Huh. Ja, gut. Das wird dann wohl ein ganz, ganz eindeutiger Sieg für dich. Meinst du? Ja. Wäre ich mir nicht mal so sicher. Cool. Dankeschön. Oh, oh. Ah. Ja. Oh Gott. Was? Was? Du hattest doch 8,5 Hertz, Mann. Was will ich denn laufen? Was? Jetzt weißt du, wie es mir beim letzten Mal ging. Ja, gut. Ich weiß, was ich mache. Ich mache dasselbe wie du beim letzten Mal auch. Ja, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht an mich selbst umzubringen. Dankeschön. Jetzt packe ich hier oben den Baum fest. Wo? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal. Achso, ich bin... Hallo. 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 Skates. Töte dich. Hallo. Hallo. Oh Mann. Oh Mann. Es kommt runter, Mann. Ich könnte dir Dia geben. Dia. Alter, es kommt runter. Dia. Ich kann keine Blöcke abbauen. Ich komme hier nicht raus. Dann hast du noch Enderperlen. Dia. Dia. Glaube ich Enderperlen, aber es wäre langweilig. Du wirst... Ich kann keine Enderperlen werfen, weil ich in einem Block drin bacge. Ich kann hier nicht rauskommen. Dann Lefte. Ich habe gewonnen. Nö, hast du nicht. Hey, ohne Witz. Nein. Beweis mir das mal, dass du gewinnen kannst. Ja. Au. Wie habe ich das gemacht? Hä? Aua. Schon wieder. Hey, lass es sein. Aua. Wieso kannst du zu mir schießen, aber ich nicht zu dir? Weil das einfach unfair ist, was du machst. Das ist Bug-Using. Hey, ich wurde im Baum eingesperrt. Es ist Bug-Using. Ich kann nicht mal Enderperlen werfen. Probier es gerade die ganze Zeit. Du bist so ein... Was kann ich denn dafür, man? Ich wollte Selbstmord begehen, nur es hat mich nicht gelassen, okay? Es ist mein Draht zum Leben, der mich hier am Leben erhält. Das ist so kacke gerade. Ich habe die Revanche gewonnen. Ich kriege mich nicht tot. Nein, hast du nicht. Na gut. Du kannst mich nicht töten. Stell mich jetzt auf und komm hier hin. Ja, und was passiert dann? Ja. Warte, bis du lebtest. Kannst du mir nicht irgendwie einen Todestrank noch reinklatschen oder so? Ha? Hast du sowas nicht? Warum? Weiß ich nicht. Ich bin hier oben eingesperrt. Oh! Lol. Ich bin einfach runtergefallen. Ich lebe. Hallo. Hallo. Hä? Hä? WTF? Was ist passiert? Hä? Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe noch Trollrechte auf dem Server. Hahahaha. Waaaaaas? Waaaaaas? Ey, ernsthaft. Wir nehmen nichts mehr für die wahre Vorbereitung auf der Base auf. Alter. Ich habe gerade ernsthaft gedacht. Moment. Hä? Was? 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 Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Aber es war keine andere Möglichkeit. Und ich sehe es verdammt nochmal nicht ein, wegen sowas zu verlieren. Nö. Ich fand das auch ziemlich gut. Muss ich ehrlich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat. Nice. Lass eine Bewertung da. Und ich würde sagen, tschüss. Tschüss. Tschüss.